Hallo Leute, willkommen zurück zu Pilotwings. Die Lesson 3 beginnt hiermit und guckt euch mal den Typen da unten an. Yeah, your introductor lands here. Now we will try flying the hang glider. One thing to remember after completing your objective land. Oh fuck. Nein, ich hab keinen Bock auf den hang glider. Ich zeig euch nicht trotzdem direkt am Anfang. Ja, das ist das Teil, was ich euch, was ich gesagt hab, als ihr im letzten Part erwähnt habt. Äh, ja genau. Ich hasse dieses Teil so viel. Damit kann ich am wenigsten realitätslaue, können wir auch gar nichts machen. Wir können nur nach links und nach rechts und manchmal das, was uns auch gleich wieder abbrebst lässt und nicht mal hoch, ne? Doch diese kleinen Bluberblasen-Volken-Dingern da lassen uns hochfliegen. Und wir haben jetzt 100, äh, nein 500 Fuß erreicht. Äh, das war unser Ziel nämlich. Und jetzt müssen wir landen. Äh, wo ist das Ziel? Oh, hier hinten. Oh, äh, nein zu den kleinen Inseln fliege ich bestimmt nicht. Da könnt ihr mich direkt alle mal. Ich bin froh, wenn ich es hier schaffe zu landen, Leute. Das ist sehr, 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 sehr schwer. Das ist sehr, 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 sehr schwer. Ultra-Mega-Messer. Äh, heilige Scheiße, ich hab's geschafft. Oh, danke, lieber Gott. Oh, danke. Oh, warte, Leute. Oh, Mann. Fast die volle Punktzahl, Alter. Heilige Scheiße. Das direkt beim ersten Mal. Okay, it seems so easy now. Das dit. Oh, mein Gott, so viel Glück. Okay, was zuerst, beides ist einfach. Die zwei sind meine Lieblingssachen. Machen wir zuerst Rocket Belts. Dein Flugzeug mag ich am liebsten. Das Beste kommt ja immer zum Schluss. So. So, äh, wir müssen da diese Stäbchen oder was auch immer. Äh, äh, diese Zielpunkte. Ja, ja. Äh, diese Zielpunkte müssen wir alle passieren. Und zwei fehlen uns noch. Einer davon ist hier und einer davon ist weiter rechts, wie ihr hier sehen konntet. Oh, Mann, aber Pilotwings ist ein sehr schönes Spiel, finde ich. Oh, fuck. Und das sage ich besser jetzt, bevor ich zu den letzten Missionen komme und dann wieder anderer Meinung werde. So. Wobei ich euch gestehen muss, ich, ich habe das Game noch nie durchgezogen, Leute. Ich habe das immer zu einem bestimmten Zeitpunkt gespielt und dann aufgegeben. Oder, das war ganz früh als kleines Kind. Als kleines Kind ist man sowieso viel schlechter als normal. Und nein, Leute, ich gehe kein Risiko ein. Ich lande, äh, nein, ich lande, ich lande hier, ich lande hier. So, ich lande hier. So. Äh, denn wenn wir jetzt einmal daneben geflogen wären, Leute, dann hätten wir den Paraglater auch nochmal machen dürfen. Und bis ich den wieder geschafft hätte, na, das war einfach nur Glück, Mann. So, noch 5.30, simple Punkte, Mann. Klar dürfen wir jetzt nicht abstürzen, aber doch nicht mit Lightplane. Schaut mal locker. Oh, wir starten diesmal vom Boden aus. So, gleich Fullspeed hier. Mann, kommst du eh hoch. Okay, alles klar. So, wir müssen jetzt durch sehr, sehr viele Ringe, glaube ich. Ah ja, und da steht dann auch immer die Höhe, wie hoch der Ringe eigentlich ist. Der da ist zum Beispiel, äh, 25 Feeds höher als der, wo wir gerade durchgeflogen sind. So. Okay, 100 Feeds höher. Oder 100 Feeds hoch. So, der da ist am höchsten. Und da kommt doch direkt eine steile Abdeigung. Äh, als kleine Verlockung, dass wir direkt ins Wasser fliegen, wenn wir es nicht können. Oder? Nein, das ist 150 Feeds höher als der Wasser. Da kann doch keiner reinspringen. Okay, jetzt vielleicht. Jetzt wird es tief und dann direkt mal ganz hoch. So, und hoch. Hoch, hoch hinaus. Fly high. Wo ist der nächste? Ah, da. Oh, fuck, oh, fuck off. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh. Nein, okay, daneben. Aber halb so wild. Uns fehlen ja nur noch 35 Punkte. Und ja, wenn ihr wollt, dass es irgendjahr perfekt Let's Play direkt beim ersten Mal und alles, dann müsst ihr zu einem japanischen Let's Player gehen, nicht zu mir. Okay, bloß nicht abkacken. Komm, Landing, okay, give me that, please. Ja, und so hätten wir dann die dritte Lizenz machen. Very nice. Ja, ja, your skills have earned you your certifications. Oh ja, wir haben die Silver Lizenz, Leute. Und wir sehen uns im nächsten Part. Tschö, Leute.